So. Dann lass mich jetzt am besten vorgehen, weil ich gehe da immer auf die Aussichtsplattform drauf und erledige Viecher von da. Wenn ich dann in dir drin stecke, sehe ich nichts. Schade. Oder du in mir, besser gesagt. Weil du bist ja hochgekommen an meine Position und ich habe da gestanden und gezielt. Nicht hochkommen. Was nicht hochkommen? Also sonst kann ich die Viecher nicht in Ruhe platt machen. Ja, aber das sind doch gar keine mehr. Die kommen da raus, da sind Spawner da oben. Du sollst ihn kaputt machen. Nein, den kannst du nicht einfach so kaputt machen, weil wir noch keinen Weg da nach oben gebaut haben. Ja, ich bin schon da oben gestanden. Ja, aber die kommen gleich wieder raus, wirst du gleich sehen. Bleib erstmal da unten stehen. Ich will dir helfen. Die haben ja jetzt schon wieder alles kaputt gefackelt, wie du siehst. Und jetzt habe ich nicht genügend Erde, was ich vorhatte. So, weil hier oben... Jetzt kommt schon wieder eins schnell runter. Jetzt musst du runter, sonst ballern sie dich weg, dann bist du hier tot. So, und jetzt stelle ich mich immer hier rein. Jetzt stehst du schon wieder in mir drin. Ja, ich bin schon wieder runter. Ah, da muss ich runtergehen. Komm nicht runter. Also muss ich einfach ein bisschen bewegen. Wenn du da an mir drin steckst, das ist meine sichere Position, da kann ich nicht schießen. Komm nicht. Jetzt schießen sie mich gleich wieder runter. Ja, dann geh hoch, ich bin weg. Komm, geh, kletter hoch. Ich kann nicht schießen. Ja, dann geh doch hoch. Scheiß Plattform. Ich bin hier. So, jetzt ist er tot. Jetzt bleib am besten mal da stehen. Ah ja, ich bleibe da. Muss ich das hier oben... Ich brauche aber Erde. Wenn wir hier kommen, nimm der Erde. So. Warte. Gib. Gib. Am besten den ganzen Stack gleich auf einmal, anstatt alles... Ja, genau so. Erstmal 30. Ja, das reicht ja. Ja, brauche ich ja nicht. Ja, brauche ich ja nicht. So. Oh, das ist... Ja, da kommt schon wieder so ein Viech. Schon schnell wieder in Deckung. Wow, jetzt hat es mich fast wieder nach unten gelegt. Das Mistviech. Folgen die Feuerbälle ein etwa? Das ist ja mal eine lustige Frage. Hau ab! Mann! Dummes Mistviech. Endlich wieder einer platt. Aua, ich brenne, ich brenne. Ich brenne. Heieieiei. Soll ich dir irgendwas helfen? Gibt's denn das? Im Moment nicht. Aber ich stehe nur durch rum. So, was erwartet gerade so laut? Jetzt kommt wieder so ein Scheißviech. Das gibt's doch nicht. Mann! Ach, dieses Drecksfeuer auch hier. Jetzt, ich will dir helfen. Und wie wirst du die Viecher bitte aus 20 Metern kaputt machen? Mit einem Schwert? Die fliegen ja in der Gegend rum. Du kannst mir da nicht helfen. Ja, ich fände jetzt hoch. Mach den Spawner kaputt. Geht nicht. Da ist kein Weg nach oben. Die wirst du hoch, wenn wir da noch nicht mal einen Weg gebaut haben. Und wir kommen ja nicht mal zum Weg bauen, weil die Viecher da alles... Da ist schon wieder so ein Viech. Siehst du? Das schießt dich gleich runter. Da bist du tot. Du wirst aber gleich sehen. Da kommen jetzt zwei auch noch. Aua. Du kannst mit der linken Maustaste das Feuer hier um mich rum ausmachen. Mit der linken Maustaste. Zack. Einer ist tot. Oh, die brennen da oben alles weg. Das gibt's doch nicht. Alles. Zack. Jetzt muss ich hier wieder Feuerlöscher spielen. Och, sag bloß. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Aua, 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 Aua. Ist da noch einer? Och, da ist noch einer. Das gibt's doch nicht. Jetzt bin ich tot. Ach, scheiß. Rauch die Wand an. Die Viecher sind sowas von lästig. Dein Grabstein versperrt mir den Weg. Am besten nicht gleich wieder alles einsammeln von mir, weil sonst dauert's wieder dann so. Ist besser, wenn ich das gleich alles selbst aufheben kann. Gerade hab ich doch noch ein Schaf gesehen. Hm, komisch. Mal sieht man Schafe, mal sieht man sie nicht. Ich bräuchte noch zwei verdammte Scheißwolle hier. Ja, das muss doch möglich sein. Oder noch mehr am besten. Wir brauchen halt zwei Betten. Schwacke. Ach, ja. Das Blöde ist, wenn sie da oben langsam den ganzen Turm verbrennen. Dass wir dann umso mehr Erde brauchen, um das Ganze wieder aufzubauen. Sonst kommen wir ja nicht hoch. Da hast du recht, ja. Das gibt's denn nicht, hey. Dieses scheiß Lohn. Ich brauch irgendwas, was mir Feuerresistenz verschafft. Ich glaub, da gibt's nix. Aber ich glaub, die Feuerresistenz zählt auch nur für Lava. Wenn ich mich nicht spüre. Ich ärgere hier das Lohn-Teil. Uh, ha, 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 ha. Pass auf, dass es nicht zu viel rumschießt, weil es fackelt dann alles ab. Ha, ha, ha. So, da wären wir wieder. Ach, ja. Könnte so einfach sein. Aber die scheiß Lohn, die machen einem auch die Arbeit schwer hier. Auf jeden Fall, ja. Autsch. Ey, du arschgekackte Schienz. Nein! Oh. Bin ich gestirbt. Ach, na toll. Babyguts auch. Bin ich gestirbt. Scheiße. So, schauen wir mal, ob wir... Na toll, meine Maske hab ich immerhin schon mal. Oh, hier liegt ja ein. Och, nee, jetzt sind die ganzen Viecher hier unten. Und wie soll ich die platt machen? Hm. Ja, aber unten ist es wesentlich einfacher. So, das gibt's doch nicht. Jetzt kommt das Viech hier an. Hau ab. Hab ich schon Pfeile? Nein, ich hab natürlich keine Pfeile. Ach, Mann. So, Mistteil. Verrecke. So, erstmal das ganze Feuer löschen, was hier rumfliegt. Para. Gut. Das hier ist für ein Stück Grabsteine rumfliegen. Ja. Kiste. Ich war doch gerade eine Hose. Wieso kann ich die nicht aufsammeln? Komisch. Ach, das ist meine Brustplatte. Da ist das. So, und wo sind meine Pfeile hin? Ich brauch die Pfeile. Das ist das Wichtigste. Oh, das ist ja blöd. Das ist ja blöd. Hier liegt auch noch irgendwas. Liegt auf dem Fleisch und Kohle. Hier ist bestimmt Babyboots verreckt. Bestimmt. Wie soll's auch anders sein? So. Gehen wir mal wieder vorsichtig nach oben. Fällt so langsam alles runter. Wieso das denn? Wow, das ist ja ein Garst. Sehe ich jetzt erst? Was macht denn der da? Ach, wieso muss denn jetzt noch hier so ein garstiges Viech... Nein! Ach, jetzt bin ich wieder gestorben. Ich hab die Schnauze voll jetzt langsam echt. Oh, oh. Ach. Nicht aufregen. Mann, weil du ständig runterfällst. Ja, das ist, weiß Gott, nicht einfach. Und die Viecher gehen denn auf den Sack? Oh ja. Ach, naja. Das kann nur ewig dauern hier. Ich kann schon verstehen, warum viele Leute da schon Hexit abgebrochen haben, weil es irgendwann einfach nur noch ankotzt. Ja, aber es ist ein Spiel, ne? Darf man halt... Naja, aber es muss auch Spaß machen und nicht so unmöglich sein. Naja, klar, aber du gehst halt einfach mit zu viel Euphorie daran. Naja, so bin ich halt. Und wenn mir was nicht passt, dann höre ich auf und nehme nicht mehr auf. Das ist totaler Quatsch. Naja. Ups, der Baum wollte ich nicht setzen. Hm, hm, hm. Dann probieren wir das Ganze halt noch einmal. Ähm, übrigens habe ich dir da so einen Kackturm hingebaut. Hast du von mir eigentlich noch Sachen? Ich habe gar nichts mehr. Ich bin selber gerade gestorben. Oh. Der Kackturm bringt mir auch nichts. Da komme ich nicht hoch. Doch, klar. Den müsste ich erst wieder abbauen. Dann kommst du direkt in das Gebäude rein. Na, ich gehe lieber oben rum. Also so müsste ich den Kackturm erst wieder abbauen. Dann müsste ich wieder aufbauen. Wieso? Ich habe doch zwei nebeneinander gestellt. Naja, aber der eine ist vier Blöcke hoch, der andere eine. Auf den Vierer komme ich nicht rauf von dem einer. Hallo, Gast, die Gast, die Gast. Das ist keine Treppe, was du gebaut hast. Das ist ja nur ein Turm. Ja, habe ich doch gesagt. Naja, aber da komme ich ja nicht hoch. Ich müsste den erst mal abbauen, dass ich ihn wieder aufbauen kann. Das ist mir da zu viel Arbeit. Du hast einen Kackturm dahin gebaut. Naja, aber wie willst du vom Fußboden aus da hochkommen? Der mit rechtsklick auf die roten Kreise machen. Ja, aber du musst ja erst mal auf den Kackturm hochkommen. Ja, ich habe zwei nebeneinander gemacht. Ja, aber der eine ist nur einen Block hoch und der andere vier Blöcke. Und man kann keine drei Blöcke springen. Ich weiß gerade gar nicht, was du willst. Die sind einfach zu hoch, die Kacktürme. Da kommst du nicht hoch. Der Kackturm ist drei Blöcke hoch. Das kannst du mit der Hand... Ich habe gar... Wo ist denn jetzt mein ganzes Zeug hin? Ah, jetzt bin ich hier hoch. Ja, ich bin doch hier. Wo bist du? Du bist hier... Ich bin schon ganz oben und du bist wieder hier unten. Wo bist denn du? Ich bin schon ganz oben gewesen. Wo war ich ganz oben? Na, bei dem Gast. Hat mein Zeug gesucht. Hinter dir bin ich. Achso, ja, das lag alles auf dem Boden. Hinter dir bin ich. Ich dachte, du gibst mir das Zeug erst mal. Ja, ich habe dich doch gerade gesucht. Ja, ich war gerade ganz oben. Jetzt bin ich wieder unten. Das geht schnell. Okay, also hier. 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 Was haben wir denn noch? Hier. Hier. Nimm du mal das Schild. Ja, das Schild bringt mir... Ich hatte ein viel besseres Schild. Ich hatte so ein lilanes Schild. Dann essen. Fuck. Wo ist mein lilanes Schild hin? Das. Was hattest du denn noch? Ich hatte so ein lilanes Schild. Nein, hier ist kein lilanes Schild. Und Pfeile und Bogen? Acht Bogen ist hier. Pfeile sind keine da. Ach du Scheiße. Nur Knochen und Erde. Kann doch sein. Ich habe nur einen Block Erde. Du brauchst noch eine Diamanthose. Ja, die fehlt mir auch noch. Ich brauche aber auch noch Erde. Übrigens können wir da nicht hoch. Reichen 64. Ja, das ist schon fast zu viel. Okay. Dann nimm du mal die anderen 32. Ich will nicht alles nehmen. Also ich verrecke. Also du verrecke. So, jetzt möchte ich erstmal was essen, damit ich wieder volle Energieleiste habe. Das wird jetzt wirklich scheiße ohne Pfeile. Das kannst du ja fast gar nicht schaffen. Ja, dann müssen wir spinntöten oder sonst irgendwas. Ach man, echt. Ich hatte doch 30 Pfeile. Keine Ahnung, vielleicht liegen die noch irgendwo unten. Bin nicht dem Müllabfuhr. So kannst du das, so kannst du das in die Tonne treten. Warum ist der Gas so schlimm? Allgemein sind die schlimm. Die haben halt einen Knockback. Die hauen dich zurück. Das ist scheiße. Was für ein Ding? Das kannst du nur aus der Entfernung lösen, das Problem. Gasti, Gasti. Gasti, Gasti, Gasti. Miau. Gast. Was ist das denn hier wieder für ein Scheiß? Hallo, Gast. Oh, der hat grüne Augen. Miau. Hahaha. Na, Gasti, Gasti, Gasti. Miau. Hallo, Gast. So. Fackel hier nicht rum, der dummes Teil. Gasti, Gasti, Gasti. Miau. Komm. Miau. Wow, schauwatsch. Du Arschgesicht. Gut, bauen wir hier erstmal so eine kleine... Bau die mal. Ich ärgere... Wow. Scheiße, ich bin wieder gestorben. So, ich habe jetzt was gebaut, wo die Viecher uns schon mal nicht... Jetzt brauche ich doch mehr Erde. Wo bist du? Ich bin gestorben. Ach, nee. In der Zeit, wo du da oben gebaut hast, habe ich mich mit dem Gast beschäftigt. Na, ich habe es ja gesagt, die Gast, die brauchst du nicht so anziehen. Das ist ja nicht zu dir kommt. Sei doch froh. Naja. Da hilft man dir schon, na, jodelst du trotzdem rum. Ja, weil die Gast, da brauchst du nicht hingehen. Ich sage ja, die haben Rückschlag, das bringt dir nichts. Ja, eigentlich, der spuckt immer Feuer. Das ist mir zum Verhältnis gekommen. Naja, aber das Feuer haut dich zurück, wenn es dich trifft, das ist ja das Problem. Deswegen habe ich da uns da oben sowas wie eine Art kleine Bude gebaut. So ganz klein zumindest, dass die uns nicht... Toll, jetzt steht der Gast hier bei mir, das ist natürlich nicht gut. Jetzt hat er mich gesehen, jetzt hat er mich gesehen, schnell weg hier. Ich gucke mal in der Kiste, ob da noch Pfeile drin sind. Okay. Aber sammle du mal bitte mein Zeug auf. Ja, habe ich schon aufgesammelt. Was haben wir denn hier drin? So. Machen wir mal, Loki, Loki. Das ist noch mal weg. Mach mein Null. Top, 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 top. So, das machen wir auch mal weg. So. Also hier haben wir schon Diamantschaufel, Diamant Axt. Hier ist nichts drin. Iron Shield, explosive resistent. Das bringe ich dir mit. Okay. Also das bringe ich dir schon mal mit. Dann tun wir mal den nach oben. Das bringe ich dir. So. Untertitelung des ZDF, 2020